Herzlich willkommen zurück, wir sind dabei die Welt zu retten. Wie ihr seht, ein paar Meter habt ihr nur verpasst, nicht viel. Und ich springe auch schon wieder direkt durch die Gegend und weiß nicht mehr, warum. So, alles was melee ist, nach vorne. Du bist kein melee, aber du erntest das Fleisch, damit kann ich noch leben. Denn mir passt die Welle nicht ganz. Leute habe ich auch genug, Arbeiter sterben wie doof. Warum auch immer, hier siehste, fast alle down. Was ihr wollt. Stehe ich gar nicht. Ja, sofort. So hier. Meine heilige Pflicht. Guck mal, das Fleisch. Wieso tötet ihr eigentlich kein Fleisch? Oh Gott. Weißt du, nichts können sie und davon so richtig. Elend sehen. Schnell wie ein Pfeil. Ja, 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 genau, hier. Schau mal direkt drauf schießen. Einmal alles büß, 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 einmal hochfahren. Genau richtig so. Und wenn es dann näher kommt, könnte es immer noch umhauen. Die Diener der Nacht sind hier. Sehr schön. Lass die ganzen Basta doch erstmal rankommen. Hier. Könnt ihr auch schon eine Linie bilden? Das wäre richtig geil. Nein, warum auch? Wer mit Arbeit verbunden. Verstehst du nicht? Diese Funktion ist einfach nicht gegeben. Okay, jetzt aber. Weg hier. Die paar Einzelgänger, die können wir gerade noch alleine machen. Ich will hier das Camp aufreißen. Was auch immer, dass da ist. Aber es wird kaputt gemacht. Mir nach. Hier so einzelne Fuzzis ist so. Elend. Seid auf der Hut. Könnt ihr eine Formation bilden? Oh mein Gott, ihr schafft es eine Formation zu bilden? Nein. No talking. Shit. Geil. Das funktioniert hier. Okay. Seid auf der Hut. Wenn ihr das hinkriegt. Wart mal. Es wäre geil, wenn sie die Linie so gemacht hätten. Aber. Dann bleibt doch einfach mal so stehen. Mein Bäumchen braucht ein bisschen länger. Nicht schlimm. Kann ich schon mal anfangen. So viele sind das nicht. Mein Baum heilt aussergeben. Wir werden angegriffen. Ja, wir werden angegriffen. Was ist gehört? Geh wie? Vorsicht, Gegner. Auf mein Kommando. Jetzt wird einfach alles niedergebrettert. Das ist ja so ein kleiner Kampfsturm. Hier oben kommt auch nicht so viel. Und mein Baum sagt, geht weg. Da wüsste erst mal Bescheid. So. Was ihr wollen auf der Stelle? Angst mit dem Lager ist auch jemand. Mit zwei kann man mal so ein Ding raiden. Ein Kleriker kann nämlich auch nichts. Gegen den Elfen-Titan und mich. Das ist too much. Dann wird das Camp hier nämlich gerade einmal komplett ausgehebelt. Seht ihr, da kommt die nächste Welle. Die geht mir tatsächlich ein bisschen auf den Senkel. Kämpft Männer! Das ist ein Hinterhalt! Dann muss ich zumindest ein Gebäude down kriegen. Nicht sogar drei. Mir nach! Muss das eine Gebäude platzen. In die Schlacht! Da hilft nichts. Wenn ich irgendwie mit einem Erfolg hier rausgehe. Weil ich muss definitiv zurück. Das sind mir zu viele. Hier! Schnell! Weg hier! Schnell wie ein Pfeil! So, hier seht ihr die Mädels, gehen nämlich schon in Stellung. Nein, sie versuchen zumindest eine Linie zu machen. Okay, wenn ihr jetzt nicht anspringt, dann weiß ich auch nicht was. So, erstmal den Melee direkt weg. Macht mir den Melee weg. Macht mir den Melee weg. Der darf nicht ankommen. Sehr schön. Ich meine, das ist okay so. Okay. Was soll ich schuhen? Schnell wie ein Pfeil! Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil! So. Ihr könnt gar nichts! Davon sehr viel! Was ist hier? Die Rune ruft? Okay. Ja, ich eile! Hier. Meine Freunde. Umfallstecher. Und nichts. Was ist euer Begehr? Tun den Veteranen. Was ihr wollt. Das ist nicht weit. Geil, was ich will. Hier. Turm hin. Genau das will ich. In die Schle. Out zu um. Geil weg. Boah, Boos, Mädels. Mein Bogen verschwunden, obwohl es weiter war. Vorwärtsschwender. Irgendwo ist ein Kleriker. Boah, hier. Den haue ich persönlich. Wir werden angegriffen. Geil, auseinandergegangen. Auf meinen Bisschen. Geil, auseinandergegangen. Kämpft, Männer. Out so um. Ein nutzloses Pack. So, um sicherzustellen, wird jetzt hier erstmal Verteilung gebaut. Vorsicht, Gegner. was ihr macht das jetzt im 2er-Trupp irgendwas werdet ihr doch vernünftig hinkriegen im 2er-Trupp hin holz holzverleihung? klar krieg ich einen holzverleihung, oder? oh, ein holzverleihung wird aber möglich sein da! so, ihr werdet zu zweit holzverleihung so, du mit hier ist noch alles, 24 ja, dann kann ich gleich einen nachbauen, sehr schön so, hier wird das nächste Camp wieder einem auseinandergenommen hier kann ich noch eine neue boah, ich könnte Eismagier ja, ganz geil ok, pass auf hier, Eismagier gehen halt immer so, Nahrung hab ich auch minimal einen nach oben Nahrung guck mal hier, Holz oh, ein Traum sehr schön hier der Urwald, wie ich ihn vorher gesagt habe da, ist ein kompletter Wald und ihr schafft es nicht verstehe ich ihr seid zu fünft weißt du? zu fünft und hier ist ein Wald ok, wenn ihr zu fünft seid, ne? was ist euer Begehr? spresst das ist nicht weit was ihr wollt dann seid ihr so zu zweit und hier die werden jetzt zu fünft damit hier die Bäume schneller abfallen so ja ihr seid zu fünft hier passt auch noch ein Türmchen hin kleines Türmchen kann ja nicht schaden wie sieht's hier aus? auf mach den mal kaputt noch ist keine dicke Welle da beziehungsweise ich glaube die dürfte ich locker hinkriegen dass wir können mal gerade in Ruhe das Ding hier auseinander nehmen ja, vorwärts kämpft Männer oh, hier ist einer vorwärts das ist ein Hinterhalt mach den doch mal kaputt hier der kann nichts der Titanen gehen aber mal voll ab kämpft Männer so, jetzt wird das Gebäude kaputt oh, Bären oh mein Gott die kriegen Nahrung her wie geil ist das denn der scheint echt ein Mangelware zu sein was Nahrung angeht da bin ich umso positiver überraschter hier, guck mal wie sie alle sterben auf dem Nichts geprügelt wir sind in Gefahr wir sind in Gefahr Junge, ich bin die Gefahr das habt ihr die Jahre mitgekriegt runenkrieger zu mir können auch nichts ne und das war echt rechtlich Vorsicht Gegner kann ich mir was nachbauen hm, nicht fünf neu auch mal noch ein paar Magierin ach, schön hier genau welche Bären gleich sehr schön na, weg damit kann ich mir nicht mehr bedienen auf meinen Befehl für die Freiheit ach, Dicke ist manchmal so witzig guck mal da steht der Koppel einfach in der Ecke kann nichts und verreckt aber naja, gut so, hier ihr beiden die Rune ruft genau die Rune ruft gerne zum Ruhme Ahrens muss er hier meine Kollegen schützen ist er nur noch ein Questgeber ich kann ja nicht mehr viel es sind zwei Länge Fuzzis, ne die Rune ruft ja sofort wird mal jagt Fuzzi so, wie sieht's hier aus alles dauernd hier, sofort kann ich nicht sein guck mal da ist noch einer und da ist noch einer ich verstehe gar nicht warum die nicht angegriffen wurden bisher und hier ist Bärensammler das wiederum ist natürlich äußerst geil weil Bär ich könnte ich euch auch scheiße nicht sinnvolles trage nichts zur Gemeinde dabei kann ich jetzt hier auch schon unterwegs Nahrungsmittellager noch hinstellen sehr schön und dann kommt hier unten die Bärensammler gut ja wenigstens was gutes sinnvolles ist nicht so vollkommen nutzlos hier mein Wald ach ist der schön hmm Wald ihr könnt mach doch mal den Corporate platt er kann sowieso nichts und danach kann ich nämlich wieder nach Hause gehen und mein Heim verteidigen der letzte seiner Art hier in der Ecke vor der ich niederwalzen werde hoffentlich hat er nicht mal das so fort das Bauwerk ist vollendet was soll ich tun los das wird richtig die Eismagerin die sind lustig weil die machen nicht lustige Eispfeile das ist dann wiederum sehr witzig hier einfach jetzt hier so ein Zwischenverteidigungs Ding noch ein Zwischenturn eigentlich schwul aber egal hier ne 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 die Eismagerin kommen nicht nach vorne da habt ihr irgendwas missverstanden nach vorne für die Rune ihr beiden hier meine Melis die kommen nach vorne so was ist hier mit euch okay da kommen sie erst noch hin sind die hier noch hin keine Ahnung da sind sie sehr schön meine beiden Bauheinis was ist mit meinen Jagdheinis ja ja wo stehst du eigentlich doof rum die Rune wie ihr wünscht wird doch mal Arbeit hier Jagd Jagdfuci hier mhm sexy direkt ausgerottet beim erscheinen hier alles hochgedrückt auf mein Kommando du 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 direkt instant down der nächste bitte jetzt werde ich angriffen jetzt werden jetzt werden jetzt werden jetzt werden alle wachten sehr schön geht weg geht weg so seid ihr nicht da sehr schön hier oben kann auch keiner angreifen ich glaube ich werde mit einem kleinen Trüppchen nach ist vollendet eigentlich noch ich hab da heißen hat ja dabei alles aber nichts ist in der Lage zu mir nach und los ne so richtig irgendwie auf meinen Befehl geht da noch was ich klicke aber auch nicht mehr Truppen zusammen nun gut schnell und los was hier mit euch ja ja ich weiß ich lane ja ah kann ich noch tun klein es ist mir eine Ehre klein kann man mal bauen mir nach mir nach mir Zeit mal in die Schlacht alles andere da oben zu erobern kaputt zu machen zur Ehre Aonir Kleriker ignorieren wir erstmal gekonnt weil es ein Kleriker der kann gar nicht so schnell heilen wie ich kaputt mache auf mein Kommando seht ihr mir nach und der eine ganz ehrlich der ist ein Witz der kommt nie mir Leben an nicht mal in der Grunde leben gar nicht aber ich sehe irgendwie ist der Sound hier ein bisschen höher kann das sein ich hatte das mal gefühlt hatte ich das leiser gestellt Video Audio Musik FX Lautstärke das drehen wir mal ein bisschen runter Musik kann man auch Lautstärke fast weiß gar nicht warum man das macht gerade so was ist denn das hier hier sind Türme würde ich gerne kaputt machen ist aber nicht drin guck mal was hier die ganze Zeit runterkommt Lattenschuss schnell Zeit hier das ganze ein bisschen zu besuchen aufzuräumen ne hier ist so der Brigadeweil was ist euer Begehr rasch geil seid ihr auch gerade ok pass mal auf ihr seid zu viert sofort die Rune ruft dorthin guck mal du kannst doch jetzt ein Bärensammler werden jetzt in der Halle mittels Haupthaus wo habe ich denn Bärensammler eins müssen die sein ne da guck mal hier Bärensammler geilen Bärensammler da es ist mir eine Ehre sehr schön ihr vier was ist euer Begehr da hinten hin guck mal was hier runterkommt ach ein Träumchen guck mal das sieht so aus als gäbe es hier nachher Zwerge sehr schön wo sind meine Chefs nach vorne wie sie es gehört und los ruppt sie um kämpft Männer Runenkrieger zu mir ach schön wenn wir den ganzen Gang einmal lang gehen ordentlich niederwalzen sehr schön können einfach alle gar nichts davon jedem folgt mir kämpft wir werden angegriffen zum Angriff aber das sind alles range Leute wieso greift da keiner an vorwärts sagen wir sind kompletter Brudel an Leuten die nicht in der Lage sind vernünftig werkt aufzusehen wollt ihr mich verarschen ok Vorsicht und los alles was auf dem Weg liegt wird hier bitte mit euch bitte einmal ausgeräuchert der widerlegt also wer braucht Leute wenn man das einfach mal selber machen kann was ist das hier die kommen jetzt echt alle hier runter der Priesterchen ich glaube es nicht die kommen hier runter mir nach und los wow ich wusste gar nicht dass das so viele sind schnell ja schnell da habe ich denn hier noch ein Angebot zur Stelle ich meine ich muss ja irgendwann mal so Zwischenwelle einrichten dass die da nicht so schnell durchkommen zum Ruhme Ahrens es sind zu viele hier oh so Mensch die Linien müssen halten nur wenigen Rücken das ist nicht so schlimm also ehrlich du leust fürs Holz zurückbringen geh dir Kilometer weit zurück ok Holzfäller ja ja ok ergibt Sinn ergibt ja irgendwo Sinn wie viel habe ich denn noch zu den Bögen sind zwei gestorben die will ich am nächsten bauen aber ich kein Eisen für also machen wir mal noch zwei Windschützen den Bögen den Bögen für die Ohne der Wind geht weg Befehl vorwärts Schwestern der Nacht sind hier sie kreisen und sein beim Baum kann reichen alleine arbeiten das ist nicht so schlimm das ist ein Hinterhalt aber es sieht so aus als müsste ich hier mir gleich erstmal irgendwie ein Tümchenwald hinstellen dass ich den dicken Scheiß hier um weg fort fort mit euch folgt mir es sind zu viele für die Freiheit was kommt denn hier so weil ich mach hier nur so einen kleinen Sondertrupp erstmal gerade hin ok pass mal auf und los ich bleib hier hin Befehl vorwärts Schwestern wohin soll ich gehen elend schnell wie ein Pfeil ihr bleibt stehen und ihr seid gerade so drei ich weiß nicht was hier ist aber die sind leider Bäume was hier steht ist mir relativ egal da sollen die erstmal rankommen das ist erstmal eine Verteidigungslinie mit der wir erstmal arbeiten können ach wäre geil hab ich aber nicht das ist mein Problem ok hier sind meine zwei Leute sehr schön mal her ihr nehmt ihr kommt doch mal alle gerade dahin vorwärts Schwestern oh das ist so gut dass eine Eismagerin vorne ist weißt du anstatt dem Chef selber ich hoffe ihr macht jetzt ihr Apfel kaputt weil geht weg geht weg es sind so viele kann man jetzt so langsam hier mal den dinge angeht ja was hier mit euch ok ne Eismagerin schwestern kacke das schnell wie ein Pfeil warum verstehst du das nicht sprecht dorthin ihr beide ihr wollt ihr baut mir jetzt bitte einen Turm hin äh Feinde zu den Bögen auf der Stelle erstmal ein Turm verdammte Scheiße wieso bist du nicht in der Lage einen Eismager zu beschützen und die Person die du heilen solltest machst du auch nicht in der Lage Elends Segen Schnell wie ein Pfeil bleibst du jetzt hier hin Schnell wie ein Pfeil was macht mein anderer Trupp seid ihr denn des Wahnsinns die Diener der Nacht sind hier Elend Schnell wie ein Pfeil Schnell wie ein Pfeil ich höre da seid ihr schon hier ne und dann kriegt ihr es nicht geschissen die Gebäude anzugreifen es sind zu viele mach doch mal einfach alles kaputt sieht's hier aus mal wieder besser wohin soll ich gehen in Windeseile mein Bogen für die Rune kommt zumindest mal sowas wie Damage das ist schon wieder so ein Corporate warum eigentlich die Diener der Nacht sind hier jetzt weißt du muss der Eiswagen ja wieder rausrücken ja wohl nicht wahr sein wir sind in Gefahr okay Neuwelle äh da gehen mir nämlich einige meiner meiner Windschützen flöten anscheinend was nicht so gedacht ist wohin soll ich gehen ich höre in Windeseile boah hallo Basti alles fit ich höre seid auf der Hut wir haut den doch mal um wir sind in Gefahr muss hier ich muss hier Splitkrieg spielen meine Freunde da gab es schon bessere Tage meine heilige Pflicht wir müssen hier schon so Zwischenebenen zusammenbauen damit ihr überhaupt was hinkriegt dann habe ich jetzt ein paar Bärensammler da kommt gleich noch ein Jagdhaus hin da habe ich übrigens beschlossen so wenn ihr das jetzt hier nicht vernünftig kaputt macht mach ich euch kaputt ihr könnt euch das jetzt überlegen ne jo alter hübsch schon einfach gut aussehen na das will ich doch gerne aber wie ist es eine einer geilen Sau die es gut geht ein bisschen bei Türmchen kriegen ja locker hin dann mache ich hier eine kleine Verteidigungswall hin steht alles gut ist ich habe ein bisschen hier verloren ist ein bisschen schade mach mal das Gebäude platt oh hier sind Bisons sehr schön hier habe ich mich jetzt ein bisschen back up durch ein ein zwei Türmchen und Eismagier gehen nicht in einen Nahkampf ihr seid Stoffis kein verdammter Stoffi hat was an der Frontlinie zu suchen habt ihr in jahrzehntelangen Dingen nichts gelernt was soll ich tun los Schwestern nein anscheinend nicht weil dann würdest du nicht nach vorne rennen so wie sieht es hier aus ich gehe ich gehe oh Gott Questgeber autonoben ne rette ihn das ist ein Tor Questgeber lassen wir schon mal grundprinzipiell nicht sterben ich gehe ich gehe ja das will ich hoffen dass du gehst solltest du auch befehlt ja die Linien müssen halten Feinde meine heilige Pflicht wohin soll ich gehen dumme Eiskrieger wo ist überhaupt der NPC war da nicht gerade noch einer da oh Gott die machen mich fertig los Schwestern ich ziehe gleich alle Eisprinzessinnen in Windeseile gottverdammte Nötigung folgt mir vorwärts ihr seid gleich alle entlassen auf meinen Befehl schnell sofort und los und los nach Helm Helm kann man mal mitnehmen so folgt mir was an ich höre und los haben wir nicht verstanden so ihr könnt hier erstmal stehen bleiben und alles abfangen was nicht nid und nagelfest ist wenn ich und mein dicker Chef jetzt hier nach vorne gehen und mit dem Kollegen mal sprechen so was steht hier noch an Kriegern ich höre seid auf der Hut naja immerhin drei rasch wie der Wind so von da oben kommt nichts mehr und das bisschen was von da kommt wird sowieso direkt abgerissen Abrissparty die Bärensammler sind aber fleißig unterwegs ne so das höre ich gerne Eisen fehlt mir zwar ein bisschen aber ich kann auch mal wieder ein bisschen mit Nahrung aufgraden hier ne noch ein paar runter so hau ich da jetzt ein paar Heilerinnen ach komm so 1,2,3,4,5 Du Duinen gehen auf jeden Fall rein und äh krieg nur Heilerinnen rein erst mal die Druiden nachproduzieren das ist vielleicht viel wichtiger ein Runenkrieger? der Fluch das erklärt einiges schätze wir schulden euch Dank und alles was dazu gehört ich bin John Goddard Schmied und Schankwirt den Burschen habt ihr aber ordentlich eingeheizt was? ja ganz leicht das waren nur Plünderer und bis zur Spitze des Walles ist es noch ein langer Weg das stimmt da habt ihr noch ein gehöriges Stück vor euch vielleicht kann ich euch und euren Leuten etwas mehr anbieten als nur Bier oder Hufeisen äh was genau habt ihr mir anzubieten? nun vielleicht ist euch schon die verschlossene Ruine hinter unserem Dorf aufgefallen? sie stammt noch aus der Zeit vor dem Krieg sie machte auf mich den Eindruck zwergischer Herkunft verflucht richtig und dreimal dürft ihr raten wer den Schlüssel für das Tor von diesem Ding gefunden hat nein, eher für du ein gewisser Schmied und Schankwirt nehme ich an so ist es und nun gehört der Schlüssel euch hier habt ihr ihn hoffe mal ihr findet darin was nützliches und wenn ihr irgendwelche Waren benötigt dann gebt mir Bescheid wir stehen in eurer Schuld immerhin jemand ich benötige Rohstoffe immer so soll es sein ich lasse ein paar Sachen in euer Lager bringen dankeschön geht doch Leute erst töten und foltern muss verstehe ich gar nicht das ist ja ein komplettes Zwerglevel hier hallo na dann mach mal die Tür auf schnell hallo Zwergsschlüssel der Schlüssel passt das Tor öffnet sich und los hallo Zwergel folgt mir so was ist hier Happyhausen läuft was ihr wollt so krieg ich hier noch ein Türmchen unter eigentlich schon ne so eine Viererkette kann man das eigentlich schon mal hinstellen Apropos Viererkette wohin soll ich gehen in Windeseile wenn ihr euch hier noch mit hinstellt ne ist das so ne richtige Turm Elfenbrigade da kommt dann keiner gegen an alle schießen sich kaputt ihr lacht sie aus alle sind happy das wär doch geil oder komm mal jetzt krieg ich noch vier Heilerin dazu hoffentlich Heilerin Heilerin Gott ihr seid ja da hinten ok erstmal binden so wo ist hier wo ist das relevante Zwergen und los relevante Zwergen gedönst ne dann nehmen wir Kissen ein jetzt Eisenmond noch mehr Eisen ah da ist das Monument der Zwerge läuft Papa hat Zwergenpower was hab ich denn hier Magier Magier scheiße scheiße gut mir nach mir nach Eisen das ist das wichtigste von allen überhaupt oh hier führt aber noch ein schmuddeliger Weg lang den werden wir gleich noch erkunden mir nach ich hab ja erstmal hier ne Wand da kann ja eigentlich nichts kommen auf meinem Befehl hier genau wir mal schauen was hier ist weil das sieht aus Spinnen aus ich mag keine Spinnen aber vorher looten wir natürlich ne Kiste guck mal hier zack alles erscheint im hellsten Silber weg damit eine Einheit wurde aufgewertet eine Einheit wurde aufgewertet eine Einheit wurde aufgewertet natürlich wird hier gerade aufgewertet Wiener Schweinezucht oh hier steht auch alles und läuft so Ruiden kommen hier auch alle hin mein Bogen für die Rune ja das will ich hoffen los Schwestern hier geht da hin so guck mal hier sind die ersten fünf was wollt ihr naja eigentlich brauche ich Arbeiter was steht unterwegs so mittleres Haupthaus Steinbruch jawohl so eins war mal wo seid ihr schnell da oben hin so mir nach uh folgt mir so fünf Leute für den Steinbruch hab ich hier wenigstens ne Steinstein da wird ja der Silbermann Vorrat was wollt ihr bevor ihr jetzt wie doof Steinmetz eine Einheit wurde aufgewertet Steinmetz ist da okay ich muss ja schauen nicht dass ich ich höre zum Beispiel hier auch Eisen abfarme lasst uns anfangen doch der Steinmetz muss nicht besetzt werden sonst geht da keiner hin ich lasse mich das was ich meine ich muss gerade schauen so wie ich hier eine Schmelze einbrauche wenn da in der Mine gleich Dings auch ist so guck und die bringen den jetzt hin und ich krieg mehr Stein genau das wollte ich doch so und da schmelzt es einer gibt es Arbeit so dann gehen die die Miemen noch welche und los hier hab ich noch ein grau Sumpfspinne die mach ich kaputt kämpft Männer hier ist auch alles Tutti meine zwei was ist euer Begehr wir bauen hier einfach noch mehr Türme mit Verteidigung weil ist geil so auf mein Kommando ein paar Spinnen krieg ich auch alleine kaputt was ist das hier warum kann ich das angreifen uh Kratschbund wir decken den Stein hier waren Zwergespitzhaken am Berg aha schnell oh mein Gott da liegt was ich weiß nicht was da liegt aber irgendwas liegt da aha vorwärts krieg hier irgendwie noch mehr raus schnell schnell wär ja ganz geil aber ich fürchte noch wird's nicht der Fall sein so Schweinezucht ich brauch noch mehr Arbeiter erstmal wollen mehr Arbeiter so ihr wünscht Schweinezucht ja was ist ja Lebensmittellager sauber guck mal was wollt ihr du mein Freund gehst ins Nahrungslager und du mein Freund schmeißt die erste Schweinezucht ich höre du schmeißt die zweite Schweinezucht ist hier richtig gut besetzt ey ich bin total begeistert Sanktorium muss glaube ich einer noch hin hier ist nichts ne ok Leute dann einmal Rücktritt und zwar hier vorne an die Wand kann ich vielleicht noch den den Dicken hin wären wir Mondärzen Silber nun gut äh großes Hauptort kleines Hauptort Schweinezucht schon unterwegs Sanktorium und Schmiede muss auch noch eine hin ne bin grad nicht ganz sicher die nächsten fünf können auf jeden Fall erstmal die Silbermine geht es Arbeit Schweinezucht da Mondsilbermine sauber so und der ne muss da nicht guckt in die Hände Männer Waffenkamera ich glaube alle Gebäude sind jetzt technisch beleuchtet das sieht vielversprechend aus Nahrungslager das Haupthaus sehr schön wo seid ihr ihr seid da so dann kann ich ja eigentlich gleich mal die sind noch beschäftigt Holz kommt hier auch noch Elends Segen hier ist auch alles da hier läuft alles gegen die Wand und stirbt einfach wie sie es gehört ich höre du gehst ein Stück nach hinten und ihr mein Bogen für die Ruhne vorwärts Schwestern einfach ein Stück nach hinten los Schwestern der Rest erledigt sich doch schon von komplett alleine um sicher zu haben habe ich hier dann noch eine Wand die mich schützt so hier habe ich die nicht zu sehr geschröpft ah das wird ja das ist ein cooles Level gefällt mir bisher ist hier was verloren gegangen nö auch alles da habe ich hier noch irgendwo Leute die ich gerade nicht brauche die nur doof rumstehen hier das ist mir klar äh darum sollte ja ja eine Bärensange dorthin und eine Jägerin für alle Fälle wie ihr wünscht so und ihr drei ihr geht hier oben hin rasch und baut mir auch ein Jagdhaus wäre fast sinnvoll nö so ein Nahrungsmittellager kriegt das auch zwischen die Gebäude richtig geil einfach mal komm so weit ist es nicht hier oben ist auch alles drei Leute mit einem Jagdhaus sollte ja wohl locker drin sein noch 300 Mondsilber hier wird Eisen abgebaut so und das bisschen was hier langkommt ganz ehrlich das wird zu schnell ausgemotert um die Kehnstelle zu heilen da kommt gar nichts mehr so erstmal wichtig hier das ist mein zweier Trupp zur Stelle kriegt ihr noch einen ernsthaft würdet ihr hier noch einen unterkriegen ich bin nicht sicher ich meine hier kann ich noch für alle Fälle so als letzte Reserve falls doch mal was näher kommt aber eigentlich dazu unwahrscheinlich komm ich wollte gerade sagen Entschuldigung ich muss niesen oh Gott so oh meine Nase ich weiß gar nicht warum ist hier irgendwas gegen neue Dings allergisch geworden oder bin ich doof ich weiß es nicht ach ein Traum wenn ich das so höre was hier einschlägt da kann man ja sagen was man will aber zumindest ganz ehrlich so 3-4 Schweinezüchte mehr könnten wir ja machen Nahrung ist ja auch so eine Mangelware gibt es Arbeit Schweinezucht ich da noch was hin nur so ein bisschen bockt in die Hände Männer lasst uns anfangen aber hier passt doch noch bestimmt eine hin schon so gut wie erledigt ich höre Schweinezucht hier passt auch noch eine hin ich höre da passt auch noch eine hin ich weiß doch ich habe hochgezogen aber irgendwann muss ich das auch mal gerade loswerden so ich glaube wir haben echt alles erledigt ne ich kriege noch eine Schweinezucht unter ich hätte noch Platz warte mal eine brauche ich noch einfach der komplette Platz schon geräumt alles voller Schweinezucht hier guck mal da unten auch noch so habe ich alle Zwerge sinnvoll genutzt Nahrung ist genug da großes Haupthaus da guck mal hier den Dinge eine Einheit wurde aufgewertet sehr schön ja sofort ja habe ich auch schon mal da am Bauern das Bauwerk ist vollendet da gehen auch zwei Leute für das Jagdhaus rauf da habe ich nämlich genug da bereits ausgeführt bereits ausgeführt wie gesagt er hat mir zu wenig bereits ausgeführt weil ich habe hier alles abgegradet was nicht nid- und nagelfest war schmelze haupthaus jo sieht gut aus die können sich gleich mal anziehen weißt du die am wenigsten irgendwas bringen ah das wird ja nachher sowieso warte mal ab wenn ich hier meine Kampfkleriker bauen kann ich muss mal hier Punkt setzen weil ich habe irgendwie so ganz ich höre ganz ganz ungeduldige äh zwergen die darauf bitter im Nahkampf zu rennen warum auch immer was macht mein Mut selber zu wenig okay warte mal ich habe aber noch mein Chef hier ich könnte ja noch mal nach Vorrat fragen hier ist alles besetzt Nahrung ist vorhanden Lania wird gefarmt hier ist eine mit einem Jagdhaus die beschäftigt ist eine Bärensammler ein Nahrungstil läuft hier wird noch eine Schweinezucht gefarmt hier habe ich dann meine fünf Jägerin die ganzen Bisons farm der Nahrung kommt in rauen Mengen direkt hochdrücken das vom Wiesen habe ich jetzt meine Nase zu die geht mir voll auf die Nüsse aber Eisen Eisen sehr geil weil ich könnte Wanderinnen bauen aber ich muss aktuell mit der Pest leben die ich hier habe auf mein Kommando schon unterwegs könntest du bitte da oben hingehen ist das so schwer da oben hin doch das ist es für dich jetzt stell ihn nicht so an schon unterwegs so wie sieht es hier aus prügeln sich wieder alle schnell kommt mal alle zurück hier ihr seid sowieso mal ich müsste eigentlich die billigen Einheiten mal weg hier eine Heilerin weißt du es halt auch so lachhaft dass eine Heilerin im Vorderrang steht okay mit dem Baum nicht ganz so schlimm weil der gut heilt aber ich verstehe immer noch nicht wie Melis vorne stehen können Heiler und Stoffis weil eigentlich hallo Anja alles fit bei dir eigentlich haben die hinten zu stehen so wie sie es gehört aber wer bin ich dass ich über solche simplen Tatsachen urteile ich hätte ich hätte ja ganz gerne hier noch meinen meinen zweiten Titan aber wisst ihr was wir können auch schon mal weiterziehen wer sind wir denn dass wir uns hier einfach abhalten lassen einfach mal hier hoch alles was im Weg kommt wird niedergewalzt da können wir alles gut Anja ich freue mich wenn ihr da seid wenn es mal nicht klappt dann klappt es nicht außerdem kriegst du gerade mit ich habe geschnupft und gehustet eben wie ein Weltmeister jetzt habe ich Schnulznäuschen ey weißt du greift an was im Weg ist und was ist die stehen hier alle doof rum anstatt sie die Leute mal töten nein da wird auf die Leute rumgekloppt als gäbe es kein Wort oh man ey ey ich nutze mal den Klerik ich kann es mir nicht mehr antun meine Heiler versohlen in der ersten Reihe dann wüsst ihr mal wie weit es gekommen ist ach das freut mich alle schön dass du da bist hoffe es ist dann wenigstens jetzt alles wieder besser geworden wenn es davor stressig war aber hier ist halt auch die Diener der Nacht sind hier genau schickt die Druiden nach vorne weil Druiden nach vorne schicken somit das beste ist was man tun wir sind in Gefahr zum Angriff das waren dann wahrscheinlich alle Speer von aus unterschiedlichen Lagen kann das sein was soll hier rauskommen schnell und los mir nach so stressig auf der Arbeit kein Bock was kein Bock das gibt's Skandal wer steht denn hier doof rum du ich brauche einer mir hier noch ein paar Türmchen im Boot pass mal auf wie weit ist denn der Dicke hier der kann gebaut werden sehr schön dann müssen wir gleich mal bauen kommen die hier nah genug nö wie sieht's hier aus schnell genug da ok pass mal auf ich nehme mir diesen unteren Trupp und marschiere da doch jetzt mal rein und ihr seid ihr jetzt hier und mit euch was stehe ich jetzt hier als SRG 3 rein du kommst noch mit aber dann ist auch Feierabend alles andere muss von hier oben abschießen was kommt oh ich hab nichts gesagt schnell huch wo kommen die denn her wo kommen die denn alle her folgt mir hier vorne erstmal schön abgefangen alles was hier ist und die haben dann den ganzen anderen scheiß um die Ohren wo ist der Dicke hier schon da warum nicht den brauche ich die Linien müssen halten mach mal mach mal mach mal Kleriker kaputt geht weg was soll ich tun das ist jetzt nicht so viel wir sind halt Corporates so zwei Frontenkriege sind kacke aber Gott sei technisch wir tun halt hier die Heilerin und die Eiskriegerin äh Eiskriegerin das ist schon die Eiskriegerin ne weil die halt schon ganz geil sind in Windeseile geht weg mein Bogen für die Rune rasch wie der Wind da hin schnell kämpft Männer geht weg der Rest muss er hier verteidigen standhalten Männer komm mal dass ich runterkomme ich will das Lager ausfeuchern hier ist auch ein Mondstein und wieder Nahrung Nahrung ist jetzt echt nicht mehr ein Problem geht weg was soll ich tun schnell wie ein Pfeil wohin soll ich gehen schön sammeln und bleibt dann da sofort mit euch hier vier mein Bogen für die Rune ich höre los Schwester oh die Folge ist vorbei sofort kann ja aber nicht wahr sein auf mein Zeichen und los so meine Freunde mir nach Folge ist vorbei dann müssen wir das jetzt das nächste Mal so mal Pause 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 da wir sehen uns beim nächsten Mal macht's gut bis zum nächsten Mal euer Slide ciao